Wie viele Leute aus der Szene schaffen das, von ihrer Kunst zu leben? Das sind nicht viele, ja. Ich glaube, da gehört ja auch immer noch ein bisschen mehr dazu. Die Balance zwischen Künstler und Unternehmer, die fehlt da, glaube ich, bei vielen. Ich kenne sehr viele, die sehr, sehr gut sind, aber sich dann nicht verkaufen können, nicht so mit Thema Finanzen oder kein unternehmerisches Denken haben, was halt sehr wichtig ist.